Das heutige Horoskop, WIDA, 5. Oktober 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Der Einzug des Mondes in Ihr Solarhaus weckt Ihre Neugier und ein Merkur-Pluto-Treigen stärkt Ihre Entschlossenheit, Ihre Ziele zu erreichen und den Ehrgeiz, diese zu übertreffen. Heute geht es darum, die negativen Ablenkungen auszublenden und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Im Fokus steht die Verbesserung. Sie sind außergewöhnlich geschickt darin, aktuelle Einschränkungen zu verstehen und diese zu umgehen. Die Motivation ist derzeit hoch, insbesondere in Gesundheits- und Arbeitsangelegenheiten. Glücklicherweise verfügen Sie über eine gute Energie, um sich bei Ihrer Arbeit, Ihren Aufgaben, Pflichten oder Routinen sicher zu fühlen. Es ist eine großartige Zeit, ein Rätsel oder Projekt anzugehen und die Chancen, wichtige neue Erkenntnisse zu einer Angelegenheit zu gewinnen, sind groß. Sie haben ein klares Gespür für Ihre Prioritäten und kommunizieren mit Autorität. Ihr Hauptaugenmerk kann darauf liegen, etwas zu sichern oder zu erreichen, das Ihnen wichtig ist und es funktioniert. Selbstverbesserung ist ein Thema. Ihr Geist wird heute kraftvoll, einfühlsam und durchdringend sein. Dies kann genutzt werden, um Einfluss auf Ihr persönliches oder romantisches Leben zu nehmen, wie auch immer Sie es für richtig halten. Auch wenn Sie sich heute vielleicht etwas mehr auf berufliche Angelegenheiten konzentrieren, können Sie diese tiefe mentale Energie dennoch nutzen, um einen großen Einfluss auf Ihren Lebensgefährten oder jemanden zu haben, den Sie sich wünschen. Wenn Sie um einen Gefallen bitten, Ihre Meinung äußern oder Ultimaten stellen, werden Sie tief in Ihr Bewusstsein eindringen und Sie könnten dazu bewegt werden, Ihrem Beispiel zu folgen. Erwarten Sie, dass Sie sich gesprächiger fühlen als sonst. Wenn der Mond in den Zwilling eintritt und intuitiv Ihren Wunsch nach Kommunikation aktiviert, fühlen Sie sich bei der Arbeit vielleicht gesprächiger als sonst. Dies ist genau der richtige Zeitpunkt, da Sie möglicherweise bereit sind, sich eingehend mit den intensiveren Themen rund um Ihr Arbeitsleben und Ihren Karriereweg zu befassen, da Merkur in der Jungfrau auch im Treigen zu Pluto-Retrograd im Steinbock steht. Ihr beruflicher Werdegang durchläuft derzeit massive Veränderungen, daher ist es vielleicht an der Zeit, während dieses stärkenden Trigons mit Ihren Arbeitgebern über Ihre zukünftigen Ziele oder Pläne zu sprechen. Zögern Sie nicht länger und setzen Sie einige Ihrer wilden Ideen in die Tat um. Verbesserte kreative Fähigkeiten helfen Ihnen dabei, auch wenn einige Ihrer Ideen eher ausgefallen sind. Wenn Sie bisher schüchtern waren und Ihre kreativen Talente nur ungern preisgeben wollten, ist dies nicht der Fall, weil Sie Angst davor hatten, von anderen lächerlich gemacht zu werden. Sie sind nun in der Lage, Ihre Unentschlossenheit zu überwinden und können mit einer überraschenden Antwort rechnen. Ihre Familie macht heute eine Szene, obwohl das Ihre leiblichen Verwandten oder die Leute, mit denen Sie jeden Tag verbringen, bedeuten könnte. In jedem Fall muss man mit Ihnen auf Ihrer eigenen Ebene umgehen. Es wird wichtig sein, die Struktur Ihrer Gesundheitsgewohnheiten in den nächsten Wochen beizubehalten. Gestalten Sie Ihr Verhalten von Tag zu Tag und halten Sie sich dabei an ein Grundprogramm. Ihr Programm muss eine sehr gute Nachtruhe, mindestens acht große Gläser Wasser pro Tag und eine große Menge frischer Produkte in Ihrer Ernährung umfassen. Das ist nicht viel, was Sie für Ihren Körper tun müssen, wenn man bedenkt, wie viel es ohne Beschwerden für Sie tut. Wenn sich Ihr Körper jedoch beschwert, sollten Sie es ernst nehmen. Schauen Sie sich nicht zu viel um. Was in dir passiert, ist wichtiger als äußere Ereignisse. Die Schwingungen werden Sie jetzt in den Wunsch nach Unabhängigkeit treiben, aber Sie werden Schwierigkeiten haben, selbstständig zu handeln. Sie fühlen sich von allem, was Sie umgibt, angezogen, haben aber nicht die Kraft, sich auf neue Situationen und Regeln einzulassen. Dies ist der Moment, sich distanzierter umzusehen. Täglicher Planetenüberblick Merkur, derzeit im Sternzeichen Jungfrau, bildet ein harmonisches Treigen mit dem retrograden Pluto im Steinbock. Diese himmlische Ausrichtung erfüllt unsere Worte und Gefühle mit mächtiger Energie, die bei unvorsichtiger Handhabung andere sowohl stärken als auch potenziell schädigen kann. Es ist eine Erinnerung daran, bei der Wortwahl und im Umgang mit den Menschen um uns herum Weisheit zu üben. Unterdessen stößt Venus im Löwen auf eine kleine Frustration, da Neptun im Zeichen Fischer rückläufig ist. Dieses kosmische Zusammenspiel wirft Licht auf Themen rund um Finanzen und Romantik. Es zwingt uns dazu, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um alle Probleme anzugehen, die unseren Erfolg und unser Gedeihen behindern könnten. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich von allen unnötigen Belastungen zu befreien, die Sie belasten könnten. Sie sind sich der Herausforderungen des Alltags und der Anforderungen, die Ihre Arbeit an Ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit stellt, bewusst. Um Ihre täglichen Aufgaben effektiv zu meistern, achten Sie auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bewegung, Entspannung und einer nährstoffreichen Ernährung. Da Merkur und Pluto Ihre unterstützende Verbindung teilen, ist es ein günstiger Zeitpunkt, sich wieder mit Ihrem natürlichen Selbst zu verbinden und sowohl Ihre physische Form als auch die nähernde Rolle der Erde selbst zu schätzen. In dieser Zeit werden Sie dazu ermutigt, Wellnessentscheidungen zu treffen, die Sie stärken. Denken Sie also sorgfältig darüber nach, was Ihre Gesundheit fördert, während Sie Ihren Tag gestalten. Versuchen Sie, Ihren Fokus beizubehalten und sich nicht von der Meinung anderer beeinflussen zu lassen, da Venus und Neptun einen gemeinsamen Aspekt haben, der Ihren Kurs stören könnte. Der Einfluss der Ausrichtung des Zwillingsmondes auf die Sonne sorgt für gute Stimmung und versetzt Sie in eine gesellige und freundliche Stimmung. Dies ist eine ideale Zeit, um mit anderen in Kontakt zu treten und die positive Energie zu genießen, die Sie umgibt. Himmel für heute Machen Sie sich bereit, einige faszinierende neue Bekanntschaften, die bald in Ihr Leben treten, herzlich willkommen zu heißen. Diese faszinierenden Personen können aus den unterschiedlichsten Bereichen stammen, darunter aus den Bereichen Recht, Bildung oder Reisen. Einige stammen möglicherweise sogar aus fremden Ländern und bringen eine reiche Vielfalt unterschiedlicher Kulturen und Lebenserfahrungen mit. Vielleicht haben Sie das Glück, diese neuen Freunde durch einen gemeinsamen Bekannten kennenzulernen und die Bühne für ein spontanes Treffen zu bereiten, bei dem alle Kontakte knüpfen und Bindungen aufbauen können. Für diese Neuankümmlinge dient Wissen als Grundstein und befeuert Ihre aufgeschlossene und neugierige Einstellung zum Leben. Unter ihnen stechen diejenigen hervor, die das Sternzeichen Schütze tragen und von einer besonderen Leidenschaft für Philosophie und Religion angetrieben werden, da sie glauben, dass diese Disziplinen einen wesentlichen Beitrag zu ihrer inneren Reise leisten. Letztlich sind Schützemenschen von dem tief verwurzelten Wunsch motiviert, den Sinn des Lebens zu entdecken, während sie gleichzeitig ein Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit bei ihrer Suche hegen. Die Ankunft dieser neuen Nachbarn könnte zu spannenden Gesprächen und dem Austausch tiefgreifender Erkenntnisse führen und ihre persönliche Entdeckungs- und Wachstumsreise bereichern. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Zeit auch emotionale Schwankungen mit sich bringen kann, die dazu führen können, dass sie etwas unberechenbar und temperamentvoll sind. Sollten sie das Gefühl haben, dass eine Situation kurz vor dem Brennen steht, denken sie darüber nach, einen Schritt zurückzutreten und sich eine kurze Pause zu gönnen. Dies kann besonders bei Streitigkeiten oder bei der Auseinandersetzung mit inneren Frustrationen von Vorteil sein. Solche Momente des Nachdenkens ermöglichen es ihnen, die Fassung wieder zu gewinnen und die Situation aus einer rationalen, klaren Perspektive anzugehen, was eine Herausforderung sein kann, wenn die Emotionen hochkochen und eine fieberhafte Intensität erreichen. Während sie durch diese Phase navigieren, befinden sie sich möglicherweise in einer Situation, in der sie die Entscheidungen, die sie in ihrem Liebesleben getroffen haben, in Frage stellen. Es ist durchaus möglich, dass andere auf vermeintliche Fehler hinweisen, die sie gemacht haben. Nutzen sie diese Zeit als Gelegenheit zur Neubewertung. Behalten sie Ruhe, blicken sie optimistisch in die Zukunft und lassen sie zu, dass sich die Ereignisse auf natürliche Weise entwickeln. Es stehen zweifellos bessere Zeiten bevor, und diese Zeit der Selbstbeobachtung und Anpassung kann am Ende zu einem erfüllteren und harmonischeren Liebesleben führen. Mal single. Mat rip распsssssss